die Sonne von Leutungsbundung Alter dass wir haben gesagt im Game-Out wird nicht geschlagen so haltet euch auch gefälligst dran beschreibt oder ja warum wurde ich dann gehauen da weiß ich doch nicht, gib mir doch nicht mal die Schuld natürlich gebe ich dir mal die Schuld, du bist der Premier-Schuldige Bauer ich guck dir zu sehr ja deswegen bin ich auch grad runtergefallen und du hast ein Damage bekommen, na klar willst du dich erzählen? wollen brauchst du mir nicht erzählen, dass du das nicht warst ja guck, warte ich jetzt mal extra einer von euch kleinen Wichsern, einer von euch war das also ich lass mich jetzt hier nicht beschuldigen ja wer war es denn sonst? Shiriki oder was? ich zieh mir was an, ich steh drüben also mir kannst du denn Schuld nicht gehen ich seh dich nicht, also bitte doch, du siehst mich, wenn ich hier drüben am Spawn stehe, siehst du mich, oder? ja da, jetzt siehst du hey guck mal du bist im Game- ALTER OHI HAD JUSCH UNIER GURUSCH SPRUNG GEHABT AAAAAAAAHHHHH mann ich hab das geschafft ach halt's Maul, du hast die anderen Challenge noch für immer verkackt und die war noch einfacher, also bitte bitte ich hab aber die schwierigen geschafft, darauf kommt an, oder? ich war auch schon so weit wie du, also mecker nicht du warst auch schon hier hinten? ja klar war ich da hinten schon mal da hab ich den letzten Sprung versaut ach so, der ist doch ganz einfach ja ich weiß, GURUSPRUNG GEHABT wie ich in letzter Zeit auf den habe hier netterweise danke Minecraft kein Problem, es war Berg ja ah, wie ich dir scheiße, was da kostet jetzt springt da rüber springt da rüber so, hier ach, schwer, siehst du, das war schon der GURUSPRUNG das ist ja eigentlich immer die ganze Zeit so unsichtbar Alter ui, verkackt tja Leute, da dürft ihr warten jetzt das zählt sich noch aber weitergemacht wird nicht, ja? mhm wird nicht, mein ich ja ah, scheiße, warum ist ja nicht gesprintet kleine Bobby hier Mann ach, schon wieder nicht gesprintet hm, ich sprinte nicht ich laufe normal weiter ach, warum legt man da so was auch auf eine Doppeltaste? was ist denn das für ein Scheiß? man muss ja für Shift drücken im Normalfall ich bin Minecraft, ich muss jetzt auf eine andere Taste legen äh, es gibt eine Doppeltaste, äh, Doppelsprung ach, als Maul, sprinten halt bei mir ist es halt Doppelsprung ja, ich brauche wer hat mich jetzt angeschrieben ja, der, der dich dann halt angeschrieben hat warte ja, jetzt oooh ich war schon drauf Mama so, ich ich geb mir noch drei Versuche wenn ich den drei Versuchen nicht schaff, dann übersprich ich diese Scheiß-Challenge ja mein Gott, das soll's bin ich halt zu Bobby oder er hat dann seinen ersten hat mir gerade einer von euch auf der Maschine geschrieben er hat mir jetzt geschrieben naja, ok, ich hab's geschafft kann man jemand Nacht machen? ich kenne den Befehl dafür nicht hä, die Challenge geht noch weiter, ihr Trottel hä? ja, natürlich, hier geht's doch noch weiter kommt mal hierher ne, natürlich ist das Sam Sam Sam, ich hab dich unsichtbar gemacht, ich weiß, du bist ne, ich steh hier auf dem Block drauf alter willst du mich verarschen? ich hab doch noch nicht im Bett, du Idiot alter, so was blöds hab ich euch noch nicht erlebt das ist unsichtbar, ich hab keine Ahnung ja, es mir egal spring doch auch mal runter bitte mach doch, ich bin auch noch unsichtbar ne, guck doch mal, die Challenge geht hier noch weiter man muss sich nur noch weiter laufen nein, das ist nur ein Fehler hier war keine Challenge das war ein Fehler, der Mac Also geht's jetzt mit Sand weiter, ja Ja, dann sagt's doch. Hat er doch vorhin. Nee, ich dachte, weil er da Betten hingesetzt hat. Ja, genau. Ich hab's halt nicht verstanden, warum er da bett... Äh, hier sind nochmal Betten, oder was? Ist das so, geil? Oh, jetzt landet ich immer im Wasser, oder was? Welcome to Sandy Template. Also, zum sandigen Tempel und so. Ach, zu meiner Fresse. Alter, wie kommen wir jetzt hier rauf? Alter, Felix. Man kommt nicht mehr hoch. Spawn mal ein paar Leitern. Troll, oder? Und jetzt? Hä? Ha, no, ach, nee. Warte, ich baue ne Leiternis. Oder lieber sowas hier. Ja, so geht's natürlich auch. Na, ach, verdammt. Na, wollt ihr mich rollen, oder was? Boah, meine Fresse. Ich hab's, lass mich nochmal springen. Ich bin ja nicht ganz normal oder nix. Ich tue, ich tue, du überhaupt nix, hier, Wichser. Ach, komm, ey. Warte mal, Marcel. Ach, warte. Ich mach's selbst. Hups. Ich weiß, ich sollte nix verändern, aber... Ach, schau ich noch. Was ist, Felix? Ne, ich... Ich will nur ein paar Fackeln hier anbringen, weil... Nein, keine Fackeln, das ist ja der Sinn. Ja, aber es ist doch so dunkel hier drin, das ist doch scheiße. Ja, aber das ist der Sinn, jetzt heller. Ach so, soll sein. Ihr Noob, ja, Noob, ich bin erster, macht mal nacht. Macht mal nacht. Ist es nicht noch nacht? Ach, komm, ey, ich war schon drauf. Was, machen da nicht die ganzen Kackfledermäuse hier? Pah! Macht mal nacht. Sehr fähig, es wird sagen, wir sind die besten, wie immer. Ach, warte, ich bin nur gleich da. Noob, noob, noob. Ach, jetzt wohl. Danke für uns in den Tempel. So, geschafft. Was wollte er, he? Doch, ich wollte nochmal wegschlafen. Auch wenn ich das letzte war. Aber was soll denn der Quatsch hier? Felix, ich hab ja was geschrieben. Oh, er hat dir doch was geschrieben. Oh, ne. Ey, auf Minecraft. Alter, jetzt lass mich doch mal springen, Joten. Auf Minecraft? Ja. Ne, irgendwie nicht. Na toll, jetzt schaff ich den Sprung nicht wegen euch. Äh, doch, hätten extra Nacht sein müssen. Ne, ich hab nix bekommen. Jetzt? Jo. Ich hab den Sprung nicht, geh. Okay, Felix? Ja. Oh, toll. Ja, hab's geschafft. Bauer. Jetzt muss so ein Bauer. Ja, warum schaff ich den Sprung nicht? Jetzt muss so ein Bauer, weil der auch nicht. Na toll, Guru Sprung hat. Stirb Schwein. Also, sehr. Verspiss dich von hier. Behn der mich nicht. Weißt du, wo ich jetzt spawner? Oh, nicht bei dir. Komm, Felix, schaffst du. Das ist mir auch recht, dass ich bei mir spawns. Alter, warum komm ich denn nicht rüber? Ah, nein, Felix. Da oben. Da vorne den Sprung warst, gell? Hä? Gibt's da irgendwie n' Trick bei? Bitte. Eigentlich. Ich schaff den Sprung nicht, geh. Das ist der blanke Wahnsinn. Na. Den hab ich noch hingekriegt. Ja, sehr schön. Nein, 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 doch komm. Ah, zu weit gelaufen. Ah, okay. Das war... Heilige Scheiße. Äh, Felix, zippern dich. Du musst einfach nur lang genug auf dem Block bleiben, dann schaffst du es rüber. Jetzt, wenn du wirklich all letzten Moment jumpst. Hat's ja schon mal drüben. Ich war ja auch schon drüben. Na, so weit oben war ich noch nicht. Ah, ich seh nix. Ja, das wird nix, wenn du mich hier schlägst. Nein! Alter, Marcel, es war gesagt, nicht im Game Out schlagen. Und war eigentlich nicht, wenn es geschafft ist. Ich bin nicht unten bei euch. Nein, du stehst dich zufällig hinter mir, hä? Nö. Nö, versteh ich nicht. Ja, auf einmal nimmer, weil ich wegteleportiert das oder was auch immer. Ach, komm mich weiter zu treiben. Nö. Du musst mich gar nicht so blöd anzugucken. Ich hab das auf der Aufnahme, du Idiot. Du, guck, du schießt uns wieder rum. Kleiner Wichser. Ich bin im Game Mode. Ist mir egal. Ach, komm, ich stand schon drauf. Jeder auch, man. Du bist einfach ein Kackbauer. Ach, Halsmaul. Von Felix, du kannst es. Nur die Sprünge sind einfach zu scheiße. Das ist ja hier der Oberkackbauer. Ach, schaust. Oh, fuck. Ich bin nicht gesprinzelt. Auch, ich bin ein Mensch, ich bin überall. Doch, neul, du hast. Seel. Oh, der Netzbesprung ist ja fail, oder? Aber es ist nicht so. Na, ich fand ein Mensch, ja, ich fand ein einfach. Ja, ich fand ein einfach. Ich fand ein einfach. Nein, Seth darfst du nicht schaffen. Nein. Nein, scheiße. Ach, komm. Auch der letzte? Ja. Oh, jetzt hat es aber gelegt. Oh, beim letzten Sprung, gell. Halt die Fresse. Du bist einfach ein Bauer. Das ist dein Ding. Du versuchst jetzt also mit deinem neu erfundenen Board hier irgendwie was zu erreichen. Das ist sehr interessant. Alter, Felix. Weißt du, du hast dich mal zweiter. Nee, du machst dich nicht weiter. Was ist denn das für ein... Lois. Alter. Es wird nicht weiter gemacht. Alter, ich guck mir das. Fahre dich schon mal an hier. Ich guck mir die schon mal an. Guck ihn doch. Das ist ein Sprung. Du sollst dich weitermachen. Oh, geil. Ich schaff den eh nicht. Der ist sogar für mich zu hoch. Oh. Stehst du jetzt in mir? Ah, komm, selbst. Ernsthaft. Du musst es eigentlich schaffen. Felix, bei dir liegt es einfach an der Glöck. Nein. Nee. Warum verbündet ihr euch eigentlich schon wieder gegen mich? Nein. Ach, komm. Wir haben uns nicht verbündet. Nee, überhaupt nicht. Ich mach dir überhaupt keinen Anschein oder so. Na gut, wegen schaff ich jetzt den schon. Bin nur hochkonzentriert. Nein. Oh. Alter, was ist... Nein, nein, nicht. Wundergefallen, Alter. Oh, was ein Glück, was ein Glück, was ein Glück, was ein Glück. Nee, ich hab dich diesmal nicht geschlagen. Nee, nee. Ich wollte nur so, warte mal, wenn da ein Block noch hinter mir bürst. Ich mein, jetzt hier ledigend auf Felix. Go Felix. Go Felix. Go Felix. Der hier ist, Asi, das stimmt. Nein, ach komm, warum bin ich hier nicht auf den anderen Block gelandet? Ist doch scheiße, es ist doch... Oh, bis dahin, ich hab mir jetzt was erzählt. Oh, oh, oh. Oh, Felix, nice. Nein. Aber hat das, sehr schön. Endlich, ja. Der letzte Sprung ist ein bisschen tricky. Felix, du hast ja auch was verdient hier. Setze die Krone auf. Äh, Krone, Prinzessin. Nee, du bist der Prinz. Setze die Noob, ach so, ja. Äh, Marcel ist ja die Prinzessin. König. Alter, Setze die Krone. Jetzt schied ich mir TNT-Pfeile. Ach ja, ich hab noch was kommt, wir angeln heute mal, Setze. Hä, geht das was? Kann man NPCs, beziehungsweise Spieler angeln? Das ist saugeil. Ich traue Leute, ich hab den Block noch berührt. Ha, hab ich angebissen? Hä, hab ich angebissen? Hä, find ich lustig, äh, angeleide, haken. Oh mein Gott, seid ihr noobisch. Setz, hangel dich rüber. Ach, komm ey, warum schaffst du den ersten scheiß Sprung nicht mehr? Und weil du noob bist. Ach, halt die Fresse. Ach, komm ey. Warum liegt ja eigentlich ein roter Block rum? Hey, jetzt sind die Angeln runtergefallen. Ach, komm. Die steht doch jedes Mal schon drüben. Ja, jetzt. Ah. Okay. Komm schon. Ja. Alter, meine Hände schwitzen, gell? Könnt ich gar nicht vorstellen. Okay, komm. Letzter Sprung. Ja, mach mal bitte Nacht. Wow, meine Hände schwitzen wie Sau. Marcel, Nacht. Marcel, sehr viel Spaß, dem Sprung jetzt hier. Ja, Marcel muss erst mal Nacht machen. Was ist denn mit dem Spiel? Hey, ich bin auf K. Ach, warte. Hab ich es geschafft? Ja, natürlich hab ich es geschafft. Mach mal bitte Nacht. Boah, du bist ja ein Bauer, Alter. Danke. Boah, ist das Leitersprung, oh mein Gott. Vor allem, das heißt, du musst in die Hocke gehen dabei, gell? Ich muss im Sprung oder wenn ich jetzt dort bin, in die Hocke? Wenn du dort bist, hast du keine Chance mehr in der Hocke. Würde ich nicht. Würde ich nicht. Äh, schon zu schnell nach unten. Da! Ich hab so einen Schiss für diesen Stressprung, gell. Nein, ich ha... Oh, ich hab doch schon dran gehangen. Meine Fresse. Oh, ne, nicht ein Ecksprung. Na toll, jetzt bin ich zu weit. Och, wenn du jetzt mit mir gesprungen. Nein! Wir können uns nicht mehr runterwerfen, das... Oh, was? Ich hang noch dran, du Idiot! Was soll ich das jetzt? Im Bauerbiss. Alter, können wir das mal lassen. Ich hang schon wieder dran. Wegen euch bin ich noch runtergeflogen. Wo sich da dann, wenn ich genau da bin, muss ich Hocke drücken, ja. Oh, verdammt. Ja. Also schnell muss man denn seine verdammte Maus drehen, damit man da... Ja, und dann sofort nach oben drücken. Ja, ich hab's. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Sepp, das heißt gar nichts. Da oben kommen noch weitere Ecksprüngen. Jetzt geht's erst richtig hardcore los. Och, nein, ich hab doch... Ja, ich merke es. Ich hoffe, ich hab die normalen Sprüngen genossen. Jetzt kommt Leiter. Scheiße. Kommt davon nur los, um welche? Wenn ich den vorletzten Challenge gemacht hab. Fader. Danach hat man keinen Bock mehr und haben die mehr... Nein, Goro Sprung, alter, fick mich doch, Goro Sprung. Ich hasse da. Was habt ihr... Na, toll, hast du dich gesagt? Auf was habt ihr in Kings gelegt? Was? Ducken. Na, auf, schüffeln. Na, okay, das war verhauen. Nein. Nein. Na, ich komm gar nicht mal an die Leiter, alter. Seenäcks. Du bist zum Game-Own. Ah, ja, hast du das gesehen. Marcel, bist du im Game-Own? Wom kann ich dich da nicht hauen? Äh, leck? Aber ich bin eben im Game-Own. Warte, ich beweisest dir? Das würdest du sehen. Ja, stimmt, sie können ja nicht sterben. Okay, passt schon, Entschuldigung. Ich konnte halt nur dich schlagen. Felix gerade auch nicht. Na, toll. Scheiße. Ah, ich springe mal zum Wetter, alter. Ach, doch. Nein. Ich muss in einem Laufsteiger. Alter, komm, ey, wie das ist, Alter. 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 Alter, komm, ey, Alter. Alter, komm, Alter. Alter, komm, Alter. Alter, komm, Alter. kannst du das machen oa das über